hallo meine liebe freunde heute wird es kreativ heute mache ich ein over the top smoked gulasch ja ein over the top smoked gulasch hat nichts mit dem ähnlich namigen film zu tun wie wir das machen seid gespannt als nächstes sehen wir uns in der küche mit dem zutaten als zutaten benötigen wir heute natürlich fleisch da komme ich gleich noch zu dann brauchen wir ein bisschen butter brühe trockenen rotwein zwiebeln die habe ich schon mal in würfel aufgeschnitten paprika so in feine streifen tomaten aus der dose majoran kümmel paprikapulver brauner rohrzucker tomatenmark grobes meersalz weißer pfeffer eine bio zitrone lorbeerblätter und knoblauch die genauen mengen die ich heute verwende die schreibe ich unten in die infobox im nächsten schritt kümmern wir uns erstmal um das fleisch ich nutze heute hohe rippe möglichst durchwachsen sehnig genubbelig am besten ist auch rinderbeinwade oder dergleichen für ein gulasch ideal geeignet als schmorgericht so denn das sind ungefähr 1,2 kilo die werden wir jetzt mal so in relativ große würfel ich sag mal so vier mal vier zentimeter um den dreh mal aufschneiden so das fleisch habe ich aufgeschnitten so ungefähr diese größe macht es nicht zu klein das verliert ihr noch beim garen einiges an volumen so wir legen das fleisch jetzt erstmal alles in eine schüssel und dann nehmen wir uns ein bisschen von dem salz schon mal so ungefähr ein drittel und seiten uns das schon mal ein bisschen vor die vorbereitung in der kirche sind jetzt erledigt wir sehen uns jetzt draußen am grill wieder heute nutze ich wieder den kugelgrill dafür blühe ich jetzt hier ein paar briquettes vor und ich nutze auch die beiliegenden kohlehalter die habe ich ganz ans ende gesteckt ihr werdet gleich sehen warum meine kohle ist jetzt durchgeglüht und die geben wir jetzt mal mittig in den kugelgrill verteilen wir uns hier noch ein bisschen als nächstes kommt der gbs einsatz von weber oder auch eine andere marke halt mit der aussparung wenn ihr den nicht habt setzt euch hier zur erhöhung einen pflasterstein oder ähnliches drauf weil wir werden jetzt nicht dann den dutch oven einsetzen und von unten schön befeuern der passt nämlich ganz genau hier rein das ist jetzt ein ft6 und den lassen wir erst ein bisschen erhitzen ist der dutch oven schon mal ein bisschen angewärmt dann geben wir mal die butter hinzu und wenn die butter sich aufgelöst hat und schon mal erwärmt hat kommen die zwiebeln dazu und die schmoren wir jetzt richtig schön karamell farben an dem wir da ein bisschen zeit für das wird ungefähr 20 bis 30 minuten dauern also wichtig ist dabei dass die zwiebeln nicht unten ansetzen denn angebrannte zwiebeln schmecken bitter und wir wollen ja gerade die süße durch die karamellisierung so freunde ungefähr gute 20 minuten später die zwiebeln sind jetzt schon braun geworden jetzt geht es weiter mit dem kümmel und den kümmel gebe ich jetzt mal dazu und bei denen auch noch einmal ganz kurz und anrösten so dann geht es weiter mit dem paprika pulver da machen wir uns eine mitte bisschen platz geben das tomaten marken zu und rösten das noch mal kurz mit an nicht zu lange soll auch nicht bitter werden so müssen wir das ganze gut freunde kommt schon sehr angenehmer duft entgegen nun ist zeit mit dem trockenen rotwein abzulöschen ungefähr einen halben liter im nächsten schritt geben wir dann die dosen tomaten dazu dann nehmen wir uns die brühe und auch mal die dosen die spüren muss mich jetzt noch ein bisschen aus dann gehen wir noch ein bisschen von der brühe hinzu dann habe ich jetzt hier noch die lauber blätter und den majoran unten drunter die geben auch noch mal hinzu so da tomate als gegenspiel immer ein bisschen zucker brauche nehme ich jetzt schon mal die hälfte von das schmeckt man nachher noch mal ab und auch ein bisschen salz noch dann den weißen pfeffer und dann rühren wir das ganze noch mal ein bisschen ein fast hätte ich den knoblauch vergessen ich habe jetzt hier so einen halben monoknoblauch den pressen wir uns doch mal mit rein sondern auch von der bio zitrone da nehmen wir nur die zesten das gibt noch mal so schön säure kick und so fast für die frische und dann werden wir das ganze mal ein bisschen umbauen dazu nehmen wir den dutch oven erstmal raus dann verteidigt die kohlen mal hinter die kohlehalter so viel lassen wir uns mal zurück dann habe ich hier noch frische kohle die legen wir uns mal oben drauf die darf dann noch durchzünden dann kommt unser ofen wieder rein apfel räucher chips davon geben wir jetzt auf jede seite war eine gute handvoll dazu so wie ihr seht fängt das auch gleich schon schön zu räuchern so dann habe ich hier ich hoffe ihr seht es noch im rauch von der conscious aus der großen diesen rost und dafür teilen wir jetzt unser fleisch über den dutch oven so frauen jetzt regel ich den grill auf ungefähr 150 grad ein und jetzt wisst ihr auch warum over the top smoked gulasch over the top heißt oben drüber umgangssprachlich auch überzogen ja überzogen ist es aber überzogen geil leute so deckel drauf und dann gehen wir den ganzen mal ungefähr halb stunde wenn es auf wird zu räuchern legen wir mal ein paar chips nach bis ein bisschen die kohlen kontrollieren aber ich denke das reicht so und dann sehen wir uns vielleicht zwischendurch oder nach den 90 minuten wieder freunde 90 minuten smoke phase ist rum wir gucken mal nach zwischendurch habe ich immer noch ein bisschen chips nachgelegt und dann setzen wir das mal so ein bisschen zur seite gucken wir uns mal an wie unten die sauce aussieht nun nehmen wir uns das fleisch und setzen das jetzt in die sauce wenn wir das mal ein bisschen rein nehmen wir uns jetzt den dutch oven noch mal raus bauen jetzt hier noch ein bisschen um nehmen wir uns einfach von der seite mal frische briketten wir brauchen jetzt um nicht hitze von unten so die sind nicht mehr ganz frisch das müsste aber reichen wir wollen jetzt auch nicht mit so hoher temperatur schmoren jetzt setzen wir uns den dutch oven wieder rein und jetzt habe ich ja hier noch mal eine paprika und die kommen jetzt noch mal dazu ungefähr so für eine dreiviertel stunde so das lassen wir jetzt schon deckel für den ofen brauchen wir nicht aber der deckel vom grill kommt wieder drauf und nach einer halben stunde gucke ich mir das ganze noch mal an 20 minuten später das man später freunde sieht er hinter mir die weiße pracht ja manchmal ist das wetter anders als erwartet wohl es war angesagt aber sieht das nicht schön aus und wintergrill macht so viel spaß aber jetzt geht es gleich weiter mit dem over the top smoked gulasch und leute das wird der hammer so leute dann gucken wir mal nach die zeit ist jetzt rum freunde so sieht es aus abgeschmeckt habe ich das und jetzt werden wir das mal probieren wir essen das gleich noch mit schön spätzle aber ich nehme mir mal hier zum probieren für euch eine kleine portion so freunde werden wir probieren nebenbei brutzelt noch ein bisschen weiter oder schmort ein bisschen weiter ich kann es so zerdrücken richtig geil und dann probieren wir mal heute der rauch geschmack kommt richtig geil durch so leute wir haben auch gegessen wie gesagt gab spätsel dazu passt natürlich auch kartoffeln oder dergleichen war richtig lecker der rauch geschmack ist mal eine ganz andere nummer für ein gulasch und wie gesagt hat nichts mit over the top hier silvestre salomon zu tun und umgangssprache ich das finde ich einfach zu geil deswegen muss ich nochmal sagen überzogen und ich finde es überzogen geil weil es eine ganz andere nummer ist und wenn euch gefallen hat wie ich mich hier durch die winterlandschaft gekämpft habe dann gibt mir einen daumen nach oben schreibt ein paar kommentare rein vielleicht wie ihr euer gulasch macht weil es gibt ja nicht nur ein gulasch es gibt ja viele variationen und wenn das noch nicht seid dann könnt ihr hier vorne noch ein abo geben für meinen kanal würde mich sehr sehr freuen und auf der seite könnt ihr gleich nahtlos zwei videos mit weiter gucken und dann sehen wir uns mit der nächsten folge nächsten mittwoch wenn es wieder heißt willkommen beim greco chariot